So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe und hiervon die letzte Aufgabe, nämlich rekrutiere einen Charakter. Ich werde das Ganze hier in der Wüste machen, um natürlich noch das Video für euch vorzubereiten. Also in dem Sinne, boah, ihr maddys ist gedudelt. Seid ihr auch so Leute, die in der Lobby sind, also in der Pre-Lobby und retten einen Emote machen müsst? Bestimmt ja, ne? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich echt mal interessieren. So, worum geht's? Richtig, wir sollen Charakter rekrutieren, bedeutet, der, der uns nachläuft und uns in Anführungszeichen ein wenig beschützen soll, beziehungsweise die Gegner ablenken soll. So, dann kurz in eigener Sache, ihr seht ja, links steht mein Creator-Code, wer ihn einträgt. Natürlich, Ehre geht raus an jeden Einzelnen. Es werden auch langsam immer mehr, ich bin halt echt überrascht, wie viele den eintragen. Grüße gehen da an alle raus. So, dann, wer Bock hat auf Custom-Games, gern bei mir im Stream vorbeischauen. Wir machen so einen Monatsbesten, beziehungsweise die besten drei. Ich glaube, ich werde mir da ein bisschen was einfallen lassen, was die drei Besten bekommen. Also einfach mal vorbeischauen, meistens so auf 18 Uhr, außer halt logischerweise Donnerstags. Donnerstags wird das natürlich eher weniger sein, weil ihr merkt ja, wir haben jetzt halb sieben. Ich bin gerade das Video im Aufnehmen, also Donnerstags halt eher weniger, sag ich mal. Könnte noch sein, ja, ich werde wahrscheinlich noch auf jeden Fall retten die Welt, streamen, die V-Bugs mir abholen. Aber sonst bin ich eigentlich immer da. So, wie ich sehe, landet da schon wieder einer. Och man, es ist derzeit so nervig. Das Problem ist, wenn der den rekrutiert hat, kann ich den nicht rekrutieren. Aber er ist da. Ja, trink du ruhig. Ja, ja, trink du, trink du. Wie gesagt, ihr müsst keinen Kill machen oder sowas, sondern ihr müsst ihn halt wirklich eifern und rekrutieren. Zack. Auf rekrutieren und Aufgabe geschafft. So, mehr wollten wir ja gar nicht machen. Ich habe nur nicht mal eine Waffe. Ich habe immer noch keine Waffe. Ach, Pistole. Das war der Gegner nicht. Müsste eigentlich hier oben sein, ja. Lol, der Bot kann ja töten. Lol, das wusste ich überhaupt nicht. Jetzt ganz im Ernst, wusstet ihr, dass der Bot Pils machen kann? Also ich nicht. So, ihr habt die Aufgabe hoffentlich so auch machen können. Und in dem Sinne verabschiede ich mich wieder. Wie gesagt, gerne einen Like da lassen. Und vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe. Haut rein.